Afrin! 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 Deutsche Panzer aus Burdistan! Deutsche Panzer aus Burdistan! Es ist unsere Pflicht, für diese Leute, die in diesem barbarischen Krieg umgekommen sind, auf die Straßen zu gehen und unsere Schlappzeiten, unabhängig davon, wie spät es ist, welchen Tag wir haben. Wir leisten an jedem Ort Widerstand, an dem Gewalt und Repression herrscht. An jedem Ort, wo Papier ausging, dass dieser Staat diesen Krieg unterstützt, in welcher Form auch immer. In diesem Sinne rufen wir jeden Einzelnen zu Solidaritäten auf, um ihn zu befreien. Es bedeutet nicht nur, dem Krieg ein Ende zu setzen. Es bedeutet unter anderem auch, ein demokratisches Schiff miteinander zu fördern. Ein Leben in Harmonie, unabhängig davon, woher man kommt, aus welcher Religionsgemeinschaften kommt. Das ist genau das, was man zuvor in Afrin gesehen hat. Ein Gesellschaftsmodell, in dem unterschiedliche ethnische Minderheiten verzehten waren. Mehrere Sprachen verzehten waren. In dem jede Form von Religion und Glaube toleriert und respektiert wurde. Genau dieses Modell wird momentan von der faschistischen Türkei niedergeschlagen. klinge. rép. Sec Gemeinde. Reden! 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 Reden!